Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. In seinen Adern fließt wohl immer noch blau-weißes Blut. Ex-Schalker Leroy Sané glaubt fest daran, dass einem ehemaligen Verein die sofortige Rückkehr in die Bundeswehr gelingt. Das erkennt der 26-Jährige jetzt in einem Interview mit dem Kicker. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der Sané 1 in der legendären Knappenschmiede. Im April 2014 feierte in Dambay einer einzelnen Niederlage am VfB Stuttgart sein Debüt im Oberhaus. 47 Mal lief er für S04 in der Bundesliga auf, bevor es ihn 2016 weiterzog zu Manchester City. Nach viel Spielzeit beim Klub aus der Premier League wechselt zurück in die Bundesliga, wie er alle wisst, im FC Bayern München. Und das ja durchaus für eine stolze Summe von über 40, 50 Millionen. Nach leichten Startschwierigkeiten entwickelte sich der gebürtige Essener beim Rekordmeister dann auch zu einem absoluten Leistungsträger. Doch auch wenn Sané seit vielen Jahren nicht mehr für die Königsbahn aufläuft, fühlt er sich ihn immer noch stark verbunden. So antwortet er auf die Frage, ob Schalke noch wie bereits in dieser Spielzeit den Aufstieg in die Bundesliga schafft. Das ist eine fiese Frage. Ich drücke auf jeden Fall heftig die Daumen. Aber ja, Schalke steigt auf. Der FCB ist ja währenddessen auf dem besten Weg, in seiner 10. deutsche Mannschaft in Folge einzufahren. Einen großen Anteil an Tabellenführungen. Der Münchner trägt eben auch Leroy Sané, der in 19. S-Liga-Partien dieser Saison 6 Reffer erzielte und 7 weitere vorbereitete. Anders als in der Bundesliga ist das Titelrennen eine Klasse tiefer. Jeder tut auch völlig offen. In der 2. Liga streiten sich, je nachdem wie man es auslegt, gleich 9 Vereine um die wegläten Aufstiegsränge zwischen dem Tabellenführer aus Darmstadt und dem 9. Paderborn liegen gerade einmal 9 Punkte. Und dazwischen auf Rang 4, ja, da sind wir Schalker. Und ob die Knappen den sofortigen Wiederaufstieg schaffen, weiß natürlich auch Leroy Sané nicht. Doch eines ist sicher, der 26-jährige Rückseitex-Klub ganz fest die Daumen, dass die Rückkehr schon in diesem Sommer gelingt. Immer wieder schön, auch von ehemaligen Spielern was zu hören, wie eben auch Leroy Sané. Und ich denke mal noch, er wird recht haben mit dem Satz. Aber ja, Schalke steigt auf. Eure Meinung zu Sané, gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.